Hallo Leute und herzlich Willkommen zurück zu Just Cause Wir sind ein letztes Mal dabei das zu versuchen hier und von daher Ah jetzt weiß ich auch warum ich die Waffen nicht aussehen konnte Ähm ja wir sind ein letztes Mal dabei das auszuprobieren ob wir das schaffen Also zu versuchen zumindest Denn es ist doch nicht so leicht wie ich dachte Ja ist richtig meine eigenen Leute Meine eigenen Leute Oh Gott Leute Ein letztes Mal lade ich hier an der Stelle Ein allerverdammtes letztes Mal Gerade das ist ja doch wohl Kamerad, bist du bereit gegen diese verdammten Regierungsmastade in den Krieg zu ziehen? Hier spricht die Polizei! Sofort stehen bleiben! Ach nein das war noch nicht nur meine eigenen Leute Tut mir leid Doch das war meine... hä? Okay Die kriegen ich bloß nicht geschissen um ordentlich zu fahren Ich bin gerade ein bisschen überfordert mit der Situation Es tut mir leid Okay Okay Das ist doch doch Wir brauchen Hilfe wir brauchen Hilfe Halt, Bürger! Wo soll denn hier... Stehen bleiben! Ach so, ne. Ach, ich bin so deppert. Es ist mal wieder das, was ich in der letzten Folge, wo ich schon mal eine Stadt übernommen habe, gesagt habe, man weiß halt einfach nicht, was man eigentlich gerade macht, weil man halt zu deppert ist für sowas. Theoretisch gesprochen. Praktisch ist man eh immer der hinterletzte Depp. Hi! Ich bin Slarius, ich bin so toll, ich sterbe bei jeder Mission tausendmal. Was ist das denn für ein Scheiß? Ach Gott, Leute. Es tut mir halt richtig hart leid. Ähm, eigentlich will ich auch nicht tausendmal laden, mal abgesehen davon. Ähm. Oh, scheiße. Ihr habt selber gesehen, warum ich das gemacht habe. Ihr habt es gesehen. Okay. Laden. Ja. Willst du mich jetzt verarschen? Was ist denn das für ein Ver... Woosier? Woosier. Oh, scheiße! Ja, aufsicher! Ist richtig. Libertad! 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 Okay, der Punkt geht wieder an D. Okay. Polizier! Stopp! Halt, Bürger! Halt, Bürger! Okay 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 Hey! Uh-ha! Ruhig! Bonda! Hintschirm! Hintschirm! Alter Verwalter, ey. Hier muss ich weitrennen. Ach, geschafft. Oh. Ansiedlung befreit, na also. Sofort stehen bleiben. Irgendwo da unten eine Ansiedlung befreit. Ich werd nicht mehr. Hier spricht die Polizei! Sofort stehen bleiben! Nö. Und jetzt aber sowas von hier weg. Als da eine schräge Wand ist, ist es wie eine Steinwand. Ich werd nicht mehr, Leute. Wir haben's geschafft, nach ungefähr 80 Toten dürften wir auch mal gewinnen. Quasi. Ich versteh's halt bloß immer noch nicht. Vielleicht liegt's an mir, vielleicht liegt's am Spiel. Aber ich versteh's halt einfach echt nicht. So. Okay, der Sendemast ist erstmal auch aus. Okay. Huch. Entschuldigung. So. Eins will ich mal wissen. Jo, das funktioniert. Gut. Dann machen wir die nächste Mission. Haben wir denn überhaupt dafür Zeit? Gut. Sprich, haben wir. Gut. Dann machen wir die eben. Ähm, ich würd sagen, wenn wir die dann durch haben, ist erstmal Pause. Weil mir ist eingefallen, ich habe ja noch ein schönes Spiel von Keymailer, was ich noch gar nicht angefangen hab zu let's playen. Okay. Und das will ich auch noch parallel vielleicht mal aufnehmen, da ich das einfach schon mal habe, per Rad habe und dann kann ich das einfach so hochladen, könnte man sagen. mal testweise. Okay, die sind ziemlich hart gesotten. Der Insel. Sind unbewohnt. Jedenfalls fast. Laut Karte ist das ein Krankenhaus. Und laut Carmona bastelt Mendoza dort an seinen Vernichtungswaffen. Du musst herausfinden, was da oben gespielt wird. Nimm den Heli. Flieg hin, sieh dich um und verschwinde wieder. Sieh mal an. Ein völlig neuer Plan. Aufheben. Du mich auch, Enrico. Aufheben. 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 Du musst näher ran, Mann. Platzier an den Dreistellen Satellitensender. Ich hab die Koordinaten auf deinen PDA geladen. Beeil dich. Aufheben. 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 Runter. Gebt mir Deckung. Slopark stehen bleiben. Ist da jemand? Hallo? Ah, kein Deckung. Schaltet ihn aus. Okay, Bewegung. Auf den Bund. Los, 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 los. Bewegung. Los, los, los. Bewegung. Na, super. Feuer. Schaltet ihn aus. Gib mir Deckung. Hast du meinen Sekrela? Hallo? Okay, bewegt euch immer anders. Alle Mannen rein. Nerven sie ihren Rassen weg. Hab ein Deckung. Schaltet ihn aus. Wir geben einen Deckung. Aufheben. Könnte sein, dass ich das nicht so ganz durchdacht habe. Aber nur eventuell mal gesagt sei. Aushalten! Manos arriba! In Deckung! Feuer frei! Bring dein Kudo in Sicherheit Soldado! Feuer! Schaltet ihn aus! Okay, Bewegung! Wie gesagt, es hätte sein können, dass ich das nicht so ganz durchdacht habe. Habe ich auch nicht. Nicht so wirklich. Na gut. Wie gesagt, blaue Punkte und so außen vor momentan. Und ja, Missionen momentan im Vordergrund leider Gottes. Aber es ist auch nicht so schlimm. Wie gesagt, 100% bei Zeiten. Vielleicht mache ich auch vieles im Off. Da ich einfach mal ein paar Stunden im Off spiele. Einfach weil es geht. Einfach weil es passt. Einfach weil ich gerade zeitmäßig mit rein kriege. Oh Gott. Wo soll ich denn da bitte schön hin? Ah! Verdammte Scheiße! Noch mehr schwarze Handidioten! Was zur Hölle ist hier los? Niiiice! Sogaro! Wir brauchen dich! Wir brauchen dich! Beeindruckend, diese Durchschlagskraft. , nicht wahr? äh war das jetzt na gut ähm ich hab dich gehört die muss leider hier oben drauf bleiben stirb, stirb, stirb der Liveübertragung zufolge kommt man hier nicht her um seine Rohrleitungen überprüfen zu lassen das sind Langstreckenraketen die kommen bis zur Ostküste zerstör den Laden Rico die Raketen und den Treibstoff alles kapisch okay initialisiere Startsequenz Sicherheitsbereich bitte sofort evakuieren verdammt sie haben die Startsequenz der Raketen aktiviert El Presidente meint es wohl ernst dann zeigen wir ihm mal dass wir das auch tun okay ist zwar unwahrscheinlich aber vielleicht kannst du eine der Raketen umprogrammieren damit sie zurückkommt wazel okay Jetzt mal nicht wie der letzte Henker fahren, sondern wie einer, der die Welt retten muss, gerade hier im Spiel. Und natürlich fahre ich wieder wie der letzte Henker. Wie gesagt, ich versuche nur wieder Held zu fahren und bin nicht der Held. Ich bin gerade übrigens an der Ausfahrt vorbeigefahren, ich habe es gemerkt, keine Sorge. Das könnte jetzt natürlich schlecht sein. Na toll, vorderreifen, platt, linker. Bewegung, Männer! Feuer! Schaltet ihn aus! Alter! Wow, so schnell! Warum sind die so verdammt langsam, die Dinger? Was soll das werden, Rico? Soll ich dir es aufmalen? Äh! Falls du es nicht merkst, ich werde hier gerade ganz schön in Beschuss genommen. Aber ganz gerne kannst du das auch hier übernehmen und mit dem Heli hier auch nochmal herfliegen, falls du es noch nicht gemerkt hast, was hier los ist. Weil so richtig Bock drauf hatte, hatte ich auch nicht, hierher zu kommen, abgesehen davon. Wie viel Zeit hast du, Rico? Genug. 10-60 Sekunden bis zum Start. Rechten Sie das Ding nicht auf mich, Senor. Mastardo. Vereil dich! Bring dich in Sicherheit, Kleiner! Aufhalten! Sterb! Schick eine Fahrverstärkung! Ja, bitte drüben! Er schiebt ihn! Juhu! Scheiße, Rico! Ich hätte fast meinen Wein verschüttet! Wenn sonst nichts ist. Na gut, nachdem diese Mission etwas gefühlt erfolglos war. Ne, noch nicht. Ich speichere die Speicher gleich. Ah, erstmal auffüllen. Huh! Sowas von. Frohes Neues! Oha! Na gut. Ich würde sagen, wir speichern jetzt und dann... Huch! Hi! Wo kommst du denn auf einmal her? Dann war es das auch erstmal. So, spiel speichern. Ja. Und ja. Dann soll das auch reichen. Ich gucke mal ganz kurz auf die Aufnahmezeit. Das wird wahrscheinlich wieder ein langer Part. Ne. Genau auf die Zeit. Von daher würde ich sagen, soll es das gewesen sein. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein! Habt eine schöne Woche, ab schöne Tage. Ich bin raus. Euer Saus. Haut rein! Und ciao! Ciao!